moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren folge outlast 2 für die nintendo switch so letzten mal kommt man ein bisschen entfliehen hier sind auch diesen gewöbel und versuchen hier rauszukommen nicht so schwierig sein hier ist kostbar ja das wissen wir hatten über letzten mal schon reingeguckt wird hier wahrscheinlich müffeln und stinken drin klingt so viel jetzt hier raus konnten letztes mal richtig gut entfliehen vor den ganzen verrückten dazu das ganze dorf war ja hinter uns her deswegen denke ich mal dass wir nicht so auf der sicheren seite sind hier die gitarre löchel matrose schaut euch mal an wie wie verw ist die ganzen leute und wie tot die aussehen das mal richtig eklig oder schule 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 hier okay jetzt mal die ganzen tischbänke ausgang vielleicht nur noch batterien hier ist nämlich wie ich noch hab eine batterie noch okay der don't be afraid you are going to have das ist ja schön müssen wir da gar nicht hin wollen es geht noch weiter hoch ich gucke mal hier ob hier was ist was ich mitnehmen kann wir gehen mal kurz erst nach oben wahrscheinlich müsste man irgendwie nach unten gehen eigentlich aber noch ein briefchen ziel die kinder sollen ihre pflicht nicht fürchten sondern sich an ihr freuen denn sie sichert ihnen einen platz im himmel denk daran im himmel ist kein schmerz papa gab dir leben und dein leben ist sein du kannst der feind sein ohne es zu wissen angst ist die waffe des feindes gott kennt den weg beschäftigen studieren der wahl rettet jona vor dem ertrinken jesus in der wüste mit satan abraham tötete die eisag im herzen projekt engel zeichnen wer könnte der feind sein das ist schön dass es so gibt für die schule ja sind nicht so viel das ist schon ein bisschen gruselig auch guck mal hier mein schatten mit der kamera im gesicht und hier ist es nicht so viel zu sehen man könnte aber nach hinten nach raus gehen irgendwo die lehrerin audierten jesus kreuz und das wird wahrscheinlich nicht so gern gesehen hier gut wir müssen weiter wo geht es jetzt hin jeder kann wahrscheinlich nicht raus aus dem fenster raus da sind wir gekommen noch einen weg oben oder so da raus da vielleicht Okay, dann sieht man gar nichts mehr, das ist natürlich schlecht. Mich hat ein Wunder gefallen, das ist natürlich bescheuert. Lass mal heilen. Soll ich drauf gehen. Das sind Nachlagen, aber da ist nach, so okay, dann können die Leute alle noch singen irgendwie, ne? Jeder kommt wahrscheinlich nicht durch. Ja, wie immer. Okay, Glenn, da. Ich brauche nur etwas, was da stehen wird. Pröte mit mir! oh da ist wieder so eine psychotante die stelle wo wir rübergekommen sind anspannung in meinen händen wenn ich längst schleichen sie geht da längs und gehen wir vielleicht mal hier hinten rum wenn wir hier hinten längs gehen ohne dass sie es vielleicht mitbekommen oder war das zweite hier stehen sie bietet ja den Haini da oben an hier läuft sie da hinten längs dann gehen wir hier längs dann liegt die Batterie die ganzen Kapitel lese ich später mal durch hier ist ein Verband, die brauchen wir da ist sie was haben wir da nicht was haben wir da nicht oder ist sie und hier haben wir verstecken tschüss hier steht ja mit dem Messer ne die Frage ne ist so eine wie beim letzten Teil wo ich einfach vorbei schleichen konnte sie interessiert sich kein Stück für mich oder ist das so eine Psychotante die oder ist das so eine Psychotante die so gesund sieht sie nicht aus oder ja soll sie mal weiter singen kannst du in die andere Richtung gehen und singen du blöde Schnöpfe jetzt komm ich irgendwie nicht weg da kann ich hier einfach dunkeln laufen sie sieht mich nicht ich bin ich bin ich bin Das war's für heute. Wo kommt sie jetzt hier ins? Ich muss hier... Wir müssen... Wir müssen noch kurz hier... Bis wir irgendwas sehen hier... Ach, ist das gruselig, ne? Eigentlich bin ich gar nicht gemacht für solche Spiele. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Und hier... Oh Herr, ich bereue vom ganzen Herzen, den Propheten der Segel beleidigt zu haben. Und ich verauscheide jene Sünden, die ich beteiligt, beleidigte meinen Herrn, der gut ist und meine Liebe verdient. Und ich verdiene und ersehne die Strafe, bis mir eine Zeit gegeben ist, zu der ich durch Liebe und Nade und die des Propheten Knuts nicht mehr sündige. Okay... So... Ist irgendwo dahinten? Immer hier irgendwie... Da soll ich rein... Da sollen wir bestimmt durch... Geht wahrscheinlich nicht... Auch verschlossen ist... Und da ist Häuschen hier... Von da rein... Von da rein... Von da rein... Von da rein... Mist... krass... Ja... Ich lipstick... Ja... Mist, Mist, Mist. Wo gehts denn hier links? Oh, sieht alles so gleich aus. Wir sind ja schon wieder bei ihr hier. Komm auch nicht rein. Oh, hier ist ein Verband. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Da kommen wir auch nicht rein. Wollen wir sich nur verstecken? Das ist doch eigentlich zum Verrückwerden. Wenn nirgends mehr hinkommt, wo man hin will. Das ist alles vernagelt. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht rein. Noch was vernagelt. Die Musik, die macht er doch total kirre. Da muss man irgendwie reinkommen. Aber wie? Müssen wir da gar nicht rein? Das ist ja ganz woanders links vielleicht. Wir lesen mal hin. Das ist ja schon unter. Shit. Shit. Holy Moses. Und wer kann eben durchgekrabbeln? Darüber sind wir gejumpt, neben dem Karren, der steht ja noch da. Wo müssen wir jetzt hin? Gute Frage, ne? Ist ja vielleicht auch da hinten, auch darüber da hin? Das würde ja vielleicht Sinn machen. Vielleicht auch hier drüber ist man nicht. Das war blockiert, scheiße. Hä? Oh, das Spiel runtergeladen. Das passt ja gerade. Ich muss gar nichts davon können, wir hier irgendwie irgendwas sehen oder so, aber eigentlich ist hier gar nichts, ne? Das kann man hier auch machen. Hier kommt ja nur raus. Den Karren vielleicht auch schieben? Ah, okay. Ah, ich bin... Ah, ich bin... Hier rein, hier rein, hier rein. Geht doch da rein. Oh, geht doch da rein. Oh, geht doch da rein. Oh, geht doch. Oh, geht doch ein mal! Ah, ich bin... Fotze! Oder was du auch immer bist da. Komm doch runter! Oh Mann! Das ist doch Quatsch! Das ist doch Quatsch! Oh Leute! Das hätte man auch noch ein bisschen warten können. Willst du ihn? Oh Mann, den Weg haben wir jetzt ja ausgetrickt. Gibt's doch gar nicht. Schnell, schnell, schnell. Ui. Ui. Gut, da sind wir los. Ja Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das Blut in meinen Adern gefriert gerade. Ja, bis zum nächsten Mal, bis dahin. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Ja.